ajo meine freunde willkommen zurück zu secret of mana luna ist endlich da und schickt uns zu einer prüfung wollen wir natürlich direkt mal schauen was es damit auf sich hat so wir kämpfen erst mal gegen den kürbis den wir nichts abziehen oh schön null das ist kürzlich das ist christlich na das hat doch bestimmt was damit zu dass du die kids treffen damit kann man sehen wir sind maßlos unterlevelt andere mögliche gibt es ja nicht nur uns würden wir ja wenigstens abziehen also sind wir zu schock hier fliegt das schon wieder gut hervorragend gucken ob das jetzt was abzieht schön hat auch 100.000 jahre dauert so kommt direkt die waffe wechseln und den boomer wieder holen weil den leben wir ja und da ist der nächste jetzt jetzt ganz ganz köstlich hebt ja menschen haben wir aber was abgezogen jetzt ist aber hier die hölle los er legt mir eine schön das kommt noch ein harzgas hinzu das knüppelt danke und er ist kaputt okay warum auch immer jetzt und ziehen uns jetzt jetzt ja genau deswegen jetzt ganz ganz schlimm man sieht das für masters unterlevel sind also wir machen das jetzt mal ganz einfach an der meyer einmal auf alle gut der eiermann ist schon mal da und das ist wichtig also ich glaube das geht nicht gut da sind die gegner noch deutlich zu hardcore mädel du gehst da sofort weg mädel du gehst da sofort weg was soll ich dir sagen dumme so danke sehr gut jetzt nehmen wir den ganz vorsichtig auseinander der schon mal vergiftet das ist gut nein jeder weg das ich einmal so manchmal so mal erlebe das wird ein köstlich lange weg da ist ja sogar noch relativ und spektakulärer gegen der hier jetzt müsst ihr auch nur treffen ich kann nicht alles alleine machen wir haben unseren harzinger wieder mal an schön ist auch schön köstlicher schaden also wenn jetzt aber alle können ich hier durch rennen weil sonst töten die mich bevor ich hier durch diese prüfung komme ich hoffe der treffer hat nicht doch habe ich da habe ich schon mal getroffen also mit dem level einsatz dinge ziehe ich 22 ab dann muss ich mir merken schön nochmal 156 m ist das köstlicher schaden zum leben nicht funktionieren bling 0 schaut euch diesen rotz an das ist so lächerlich dass ich null abziehe einst du da dr ja 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 was für level bin ich muss ich mal kurz gucken 45 also nachdem dinge wird mindestens erst mal sieben acht level trainiert sonst könnte der natürlich was falsch Oh, wei, oh wei So geht's einfacher Sehr gut So, direkt aufladen Dann bevor wir weitergehen Weil sonst kriegen wir wieder Übelst auf den Sack Ja, jetzt bringt das aufladen Und ich wollte keine Sau Ist Mensch, ist das gestern Ey, das, ne Leben nicht, wir gehen oben lang Denn wir können natürlich nur Ich wollte schon gerade sagen Können wir sogar Ich wäre ja fast ein Traum Okay, hier werde ich jetzt Extrem hoch Und dann gucken wir mal Das, was bringt Und Gib ihm Gut Gut Ach, Mädel, ist das dein Ernst? Du rennst von uns weg Um da umgehen Kante zu rennen Oh, bitte, bitte, bitte Also ich wusste ja, dass das nicht einfach wird Aber dass sich das so schwierig hier Äh, herausstellt Respekt Pam Sehr gut Aufladen Komm, gib ihm Sind die Da Und das ist so Nichts Das ist so Nichts So Oh Oh Den wollte ich eigentlich nicht treffen Aber ist egal Gut Gut, erst mal 10 MP Wieder geholt Ne, mehr sogar Ja, Gott sei Dank So, der ist weg So, den Blubberpudding Machen wir wieder platt Dann stellen wir uns mal schön hier hin Das ist die beste Stelle So, was zeichne Tacho? Einmal kurz gucken. Oh ja, keine 10 Minuten sitzen dran. Schön! Oh, ist das geil. Echt jetzt? Ach nein, wie ich so köstlich spiele. Mhm. Danke. Danke, 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 danke. Yes. Gut, haben wir das. Das dauert doch alles so übelst lange. Da ist nix, ne? Na, okay. So, machen wir den... Da ist irgendein Viech, das ist ein Sinus, glaube ich, ne? Ne, das war nur ein... Skelettingen. Da haben wir wieder so einen Blödmann. Ja, komm. Als ob ich Schiss vor dir hätte. Hier bin ich in Sicherheit. Hier fühle ich mich wohl. Oh, geh kaputt. Danke. Oh, leider unter dem Giftarsch. Ja, super. Der war ja nichts. Sehr gut. Oh, und den letzten. Und dann kannst du kaputt gehen. Danke. Blödmann. Oh, nein. Oh, nein. Nein, nein, nein. Den Sufio. Please. Gehen wir gleich mal den anderen auch noch mit hier. Weil es der überlebt hat, halt Gott sei Dank nicht. falls er den überlebt dann habe ich schon gesagt dass er den überlebt den nehmen wir auch noch mit das ist mir so egal echt ohne witz komm oder kurz was willst du tun was willst du tun schön wie der treffer einfach mal wieder null schaden zufügt dann gucken wir mal so und schön wieder nicht ach mein bist du köstlich spiel nein 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 also bei wollte ich gerade sagen genau das wollte ich verhindern jeder weg dann mache ich das mit der klaue schön null schaden das ist so köstlich der schaden wirklich oh wei ernsthaft bitte wie soll ich das nur überleben ja immerhin den einen ja hier ist die frage wie mache ich das jetzt die müssen hier hoch kommen sonst bringt das nichts die muss sich hier hochlocken ja hier hoch hier hoch hier hoch hier hoch machen wir anders das haut sonst nicht hin ähm da yes auweia eins guck mal was der an schaden macht auweia eins das ist ja gar nichts das ist aber auch nichts ne ja immerhin haben wir dem was abgezogen das ist schon mal ganz gut der moda glipper ist ja der gefährlichste mit abstand der gefährlichste hier ja super null das ist wieder schön die truwe machen wir mit sicherheit nicht auf jetzt yes danke und diese dumme ente stirb komm geh kaputt bitte immer noch nicht immer noch nicht denn ja das ist mal offen hier hallo hallo ich bin der bekaulitz ja da ist ein super kürbis schon wieder direkt platt machen bam sehr gut die direkt verlorenen mp wiederholen noch vier immerhin dafür dass es der zauberstufe sieben ist ist es schon ordentlich vier mp oh gott ist das so lächerlich gibt's gar nicht da ist der plack auf der zähne ahm du duri dumm dund alt oh bitte ist das euer ernst 2 von der sorte weg 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 kann ja nicht gut gehen Schön, dass ihr mir beinahe meinen Kill versaut habt, ihr dummen Kühe So, da ist der erste weg, sehr schön So, und irgendwann haben wir den zweiten Ach, und ein dritter, nein Wie schön ist das denn Drei von der Sorte, ist ja nicht mehr fällig genug Ich meine, die tun kein Schaden, das Problem ist, dass die die Eiermänner rufen Und das ist das Schlimme daran The Iron Man Schön, oh nein, das war wieder gut Das ist wieder so köstlich Oh, da lache ich mir den Arsch ab, ey Bitte stirb Na, immerhin wird abgezogen, ey Ja, danke Oh, Herr Qualensauger ist vergiftet, das ist mir egal, da können wir so hin Oh, ja, ja, ich hab nicht mal irgendwie ein Waffenlevel, wo wir sagen können, hey, da können wir stolz drauf sein Oh, ja, 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 ja Oh, und ne Fratzentruhe Das ist, äh, super Oh, bitte, ihr seid so lächerlich manchmal, ne Die Panikenter hab ich ja wie gar nichts abgezogen, ey, Wahnsinn Das gibt's nicht, ey, diese Mistviecher Es ist natürlich auch klug, dass du mitten in den Dingen drinstehen, weißt du dumme Kuh Yes Super Super, 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 sorry, erreicht Level 46 Mara erreicht Level 46, sehr gut Und mich hier erreicht 46, sehr gut Hm, eigentlich lohnt sich kaum noch der, äh, das Finale hier Aber wir schon zu lange gebraucht haben für diese Prüfung, aber egal Schön, alle haben nicht getroffen und er macht seine doge Wurstgranate Ist egal, ist egal Weiter geht's Es geht los Wenn ihr es schafft, habt ihr wahre Mut bewiesen Oh, wir haben unsere Doppelgänger kämpft Yay, Endboss Fight Oh, und es leckt, weil so viele Sprite Limits da sind Und wie die uns erstmal nicht treffen, ne Das steht voll in keinem Verhältnis zu dem, was ich gerade erwartet hatte Oh, das ging aber schöner neben Boah, wie das leckt, ey Ich weiß gar nicht, ob ihr das so richtig mitkriegt Aber das leckt teilweise Wie ja gerade, wenn die ihre Techniken machen Und schaut euch noch an, was wir denen für Schaden zufügen, ey Und wie die da erstmal voll durch die Gegend fliegt Das ist so geil Mhm Batsch Nicht getroffen Oh, ich liebe den Bomberang Jetzt hab ich getroffen Batsch Irgendwieder daneben Ach, wieder Quer durch, Ball durch Und was ist kein Treffer Yay Ach, der Kampf ist so langweilig, ne Batsch Jetzt ist er tot Ui Yay Und wieder durch den Jungen durch Und kein Treffer gemacht Dann haben wir sie getroffen Wir einfach mal so Einfach just for fun Aufgeleine Technik als normale Angriff nutzen Ich finde das auch geil Batsch Batsch Jetzt gibt's volle Breitseite hier, Junge Ach, ja Batsch 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 Ah, ging mir daneben Ah, der ist jetzt Komm Batsch, da ist die Kurbeln auch down Komm, wir zögern das unvermeidlich jetzt nicht länger hinaus Ne, die lebt sogar noch Doch, jetzt ist er tot Bon Und mein Rechner geht schon wieder ab Weil ich eine Viertelstunde oder 20 Minuten aufnehme Und ihm das schon wieder so viel ist Und der wieder den Lüfter anschmeißen muss Dass ich immer die Rechner erwische, die in so laufenden Lüfter haben Und so schnell heiß werden Obwohl ich einen externen Lüfter noch anhabe So, tot Ja, okay Mhm Und jetzt? Gut, der Junge bleibt stehen Das ist natürlich köstlich Aber das dürfte jetzt wohl trotzdem Ende sein, ne? Ja Gut Meine Güte, was nackt Wo ist dieser Lunar? Nicht schlecht Wenn ihr jetzt nicht wartet Seid ihr nicht zu stoppen Ihr beherrscht das Schwert Wenn ihr eure Mut, eure Walter, unsere Liebe vereint Ich bin Lunar Ranul war nur eine Illusion Denn Ranul war einfach nur Lunar rückwärts geschrieben Oh Gott, wie dumm Hast du, warum hast du uns nicht empfangen? Wir warten nicht bereit Eure Oben könnten hören Doch wie Oh Gott, ey Oh, diese sind mir alle Philophants Jetzt geht der Imperator Versucht den Versuch auf Kontinent zu erwecken Oben auf dem Korallenriff Findet ihr den Baumpalus Unter die Manafestung Das Böses versucht An dem Siegeln Behalte euch Okay Jo Und unsere Belohnung dafür Nix Ein grandioses Nix Mhm Tatadeweder Oh, war das ein Akt Ey stocket euch Das war echt nicht einfach Das war's Deswegen fliegen wir jetzt mal hier in die schöne kleine City. So, was mich eigentlich wundert, ist, dass keiner jetzt echt ein Waffenlevel bekommen hat. Tatsächlich, 549. Und die Klaue von ihr ist immer noch auf 2. Man muss mal bedenken, wie lange das dauert, die von Zau 3 zu trainieren. So, wie sieht's aus? Wo ist er? Da. Ach, 3 ist es schon. Ah, gut. Wie er ist. Aus dem Weg. Wenn ich gegne 1000 Meter. So. Yay. Gespeichert. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter. Macht's gut. Hau da rein, Freunde. Jappet bei Leiterlegen und tschau tschau. Jappet bei Leiterlegen und tschau. Father. Hau da. Ich gehäte. Ich bin, da. Ich bin, da.